Ja, jetzt ist die Katze aus dem Sack, das jackt, der alte Herr ist. Und das ist Sims. Und wir speichern ab. Dann wollen wir weitergehen. Ja, unsere Gruppe 2, Seymour... Was ist denn jetzt? Oh, das sind die Glanz. Was sind die Glanz? Was sind die Glanz? Was sind die Glanz? Was sind die Glanz? Und was sind die Glanz? Hey, you know something, don't you? Spill the beans! Look not to others for knowledge. This is your journey, too. Yuni might die, you know? No. No. Oren's right. Huh? This is our... This is my story. What? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 zu euch Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 noch arbeiten es bringt eigentlich nur was wir was gegen mehrere feinde einsetzen das war einfach ganz normal ich bin mir nie sicher ob gravitas wirklich gegen jeden gegner was bringt gegen den bringt es was immer glück haben ist der gegner gar nicht mehr dran kommen wir nehmen jetzt wut und dann einfach gravitas wut und dann gibt es richtig schaden drei vier schon 5 könnte es ein bisschen länger dauern immerhin über 6000 schaden wenn man es so rum sieht daneben konter ende gelände die 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 zwei Zwei. Nicer Kleister. Oh boy. Vernichtend. Und jetzt wieder. Auronius Grande. As you wish. Okay, der Gegner verträgt ein bisschen mehr. Anstauen. What? Kimeri, tu was. Ein bisschen Gegner erschlagen. Oh, Crit. Oh, das wird jetzt wehtun. Feuerball! So, Ruhe im Gelände. Jetzt sind alle Level 2. Was? Aber ich finde diesen Ausweich konnte einfach nur... Okay, da ist... Da ging es runter. So, wakale! Ja, mach du mal anstauen. Ich will Rico drin haben, weil Rico ist toll. Rico kann klauen. Puff! Anfällig gegen Durchschlag. Klauen! Du machst jetzt mal so mal ein Blinden-Team, das war auch mal ein paar Abilities hier einsetzen. Blödmann! Äh, ich merke wollte ich jetzt eigentlich nicht. Egal! Drauf da! Oh, ich bin jetzt kommt da jetzt mal wieder rein. Farewell. Kapit. Kapit. Du Entfernung-Klinge! Zum Geier bin ich hier! Was ist das? Was ist das? Warum tue ich das? Lulu! Mach mal tot! Ist immun dagegen, nach Prost Mahlzeit. Rico! Wow! So, ist das ediblich? What? Du denkst ans Essen? Ist der essbar? Ah, gegen Retard ist er immun. Aber er ist stumm. Das heißt, ich kann eigentlich nur mit blanker Gewalt draus. Ja, das ist jetzt mal Frauensburg, du kriegst doch einmal kurz zwei umheilen. Obwohl, wir können doch Gravitas benutzen, wenn er dagegen nicht immun ist. Oder Bio. Wir probieren mal Bio. Es ist jetzt, dass ich ja fair immun. Von dem irgendwas ist eigentlich Fortuna, sondern Dragonique. Könnte ein bisschen dauern, bis wir ihn hinweg haben. Aber Gravitas, das muss doch hinhauen. Das klappt! Okay, er ist nicht mehr stumm. Rico! Fumann Schuhe ist nicht mehr stumm. Ja, was Lulu lernt, ist mir egal. Ich hoffe, dass mir vorrätig nicht die AP ausgeht. Jawohl, stumm! Oh, machen wir nochmal ein Gravitatski. Wir wissen nicht, was überhaupt Schaden macht. Jetzt heilt der Penner sich auch noch. Ich raste aus. Wacker! Wir hämmern jetzt da drauf, bis der Arzt kommt. Oh, nochmal Gravitas. Dann setzt er sofort Himmelsminder ein. Okay, dann müssen wir den Rest halt irgendwie so machen. Hey, er geht mir auf den Sack mit seinem Scheiß. Yo! Okay. Schnauze voll. Jetzt geht's auf den Sack. Jetzt kriegt er einen S-Bug-Gapf, der sich gewaschen hat. Hm. Be strong. Be strong. Komm, er hat noch 6.000 hier. Einmal Diamantenstaub und dann hat sich das erledigt mit dem Viech. Und schnipp! Und 9.999 Ende Gelände. Ah, schieber, meine blaue Göttin. Okay, all'n ist schon 3. Nice hat er heißer. Wirалият. Wir machen. Tschüss! Und dann ist gleich 새 I